Hallo Ingo, wo und was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert in Hamburg, Betriebswirtschaft und Jura in Gießen und bin Diplomkaufmann und habe dann nebenberuflich meinen Doktortitel in Informatik gemacht. Was ist dein Fachgebiet? Mein Fachgebiet, ich bin Experte, in Anführungsstrichen, sagt man so, für Organisationsentwicklung. Das heißt, wir begleiten große Praxen, kleine Praxen beim Wachstum und alles, was damit zusammengehört. Was machst du im Berufsalltag am liebsten? Ähm, Erfolge feiern. Was magst du in diesem Alltag gar nicht? Reisen. Lieber eine Praxis komplett neu aufbauen oder eine bestehende Praxis beraten? Immer beraten. Also auf dem vorhandenen Aufsetzen ist viel, viel einfacher etwas, als etwas Neues aufzubauen. Was ist Hamburgs schönste Ecke? Oh, da gibt es keine einzige, da gibt es tausend. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Wie lange betreut ihr eine Praxis im Schnitt? Wir betreuen die Praxen im Schnitt zwischen sechs und zehn Jahren. Also Organisationsentwicklung muss man als Marathon sehen, nicht als Sprint. Ein Moment, der dir aus deinem Berufsalltag besonders in Erinnerung geblieben ist? Emotionale Mitarbeiter, die durch Erleichterung einfach ihren Job besser machen. Dein ultimativer Tipp an jede Zahnarztpraxis? Offen sein für Veränderungen. Wir sind aktuell in einem Umfeld, wo es rasend schnell, nicht nur technologisch, sondern auch von den Sozialgesetzgebern, von den Leistungsanbietern, wo sich alles verändert. Der Arbeitgebermarkt hat sich verändert, die Gehaltsstrukturen haben sich verändert. Also man muss offen sein. Was ist das Besondere an Krokodil-Szenen? Oh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.